Ach Gott, bei mir ist eigentlich dieser Sessel hier, auch nicht hält, dann hält es mich auch aus. Doch, das geht gut. Meinst du? Ich merke wieder hinten, rums, die Bums, die da hinten. Da würde ich aber feiern, du. Das wäre schon lustig, komm. Hör mal, ich war der Einzige, der am ersten Tag hier gleich einen Stuhl kaputt gemacht hat, ja? Ich setze mich auf diesen blöden Stuhl. Es war auch die Schuld dieses Stuhles, weil ich mich auf diesen Stuhl aus... Jetzt, Gigi, kommen wir nicht mehr raus. Der kommt nicht mehr raus! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr, Leute! Na komm, versuch jetzt! Ich bleib etwas so gesprungen! Mein Gott, wirklich mit Schwung! Der muss meine Strecke machen! Hilfe! Aus! Was machst du denn? Ich tocker dich raus! Yes! Mit Schwung! Mit Schwung! Mit Schwung! Ich bin nicht! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann nicht mehr! Nein! Ich kann nicht mehr! Oh Gott! Ich kann nicht mehr! Ich so ein Frosch! Wie so ein Käfer! Ich geh da nicht, ich geh da nicht mehr rein. Ich kann nicht mehr, ich geh da nicht mehr. Ich sag mal, die müssten ja denken, das ist das gar nicht. Hallo. Hallöchen, mein Name ist Ron Bielecki und ich bin dieses Jahr bei Promi Big Brother 2023 dabei. Und ihr wollt bestimmt nicht verpassen, was gerade im Haus abgeht. Und glaubt mir, da geht gerade ordentlich viel ab. Deswegen schaltet doch jetzt in den 24 Stunden Livestream bei Join Plus ein.